Was sehen wir heute? Was machen wir heute? Es ist sehr traumhaft hier bei BMW. Also ich bin mal gespannt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Domagojouk jetzt mein Name. Ich bin verantwortlich für BMW M und BMW E-Design. Uns war ganz wichtig, dass wir BMW Future Proof machen. Und dann natürlich muss es auch ein i8 geben. Die 8 stand schon immer bei BMW für Top of the Line. Dass wir eigentlich zeigen, visionäre Mobilität, Fahrfreude muss auch in der Zukunft möglich sein. Wir verbinden Elektromobilität mit etwas sehr, sehr Exklusiven. Was gibt es mehr Premium als elektrischer, also Zero Emission, offen fahren in einem Sportwagen? Das wäre genau mein Auto. Das war ja erst der Anfang. Jeder von euch wird jetzt noch die Möglichkeit haben, eben in einen Prozessbereich von Automobildesign hineinzuschauen. Machen wir mal. Da würde ich noch nicht zu viel verraten. Ah, okay. Jetzt aber bis jetzt mal, schau'l nach. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Ja. Kannst du jetzt mal sagen. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank.